Wollen wir kurz mal abchecken, was es gibt? Ja, aber wollen wir so langsam gehen, damit wir es auch sehen können? Schau mal, Felix. Hier gibt es schon mal Essen, Antonin. Ja, das wäre vielleicht schon ganz cool. Oh, gucci, gucci. Wir haben eigentlich alles hier. Es ist eigentlich wie so eine kleine Shopping-Ball. Was ist das? Das ist Wurst, Baby. Ist das Fisch, oder was ist das? Was ist das überhaupt? Sieht nach wie Fleisch aus. Ja, ja. Munno, Yahti, Omokba. Ist auch lustig aus. Da, da steht es in Englisch darunter. Crispy Fish Turkey. Ihr wollt hier was Denziges, oder? Ja. Hi. This one. Just one. Oh. One. Ja. One. 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 Ganz einfach da. Okay. Okay. Blut macht es einen extra Schwertigen. Läuft auf sie zu. Okay, was ist das? Ach, steht ja auch dran. Walnut-Ball. Da kann man jetzt nicht so erkennen, was das Produkt ist eigentlich, geil. Walnuss. Walnuss. Sieht aus wie Walnuss, ne? Das ist wichtig. Ah, das weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, JUST Aber ist das stupid. Das alteло! Ich verstehe. checks für heute. Ich Marshak�력. Das ist für heute keine Rechte. Wenn die in der Hülle noch sind, dann ist es zu viel auf. Die sind nicht in der Hülle. Schau auf das Bild an. Walnut Balls für 3.000. Hab ich nie gesehen, sowas. Voll cool. Die war auch offen. Hallo. One cappuccino? Go-Hang-Use tea? 어떤가요? Go-Hang-Use tea? Go-Hang-Use tea? Go-Hang-Use tea? Go-Hang-Use tea? Go-Hang-Use tea? 일단 차 종류일 것 같긴 한데. Go-Hang-Use tea? Go-Hang-Use tea? Go-Hang-Use tea? Go-Hang-Use tea? Go-Hang-Use tea? Yes coisa? Go-Hang-Use tea? Go-Hang-Use tea? isla tea? Das ist warm. Hätte ich nicht gedacht. So, gentlemen. Jetzt bin ich gespannt. Okay, aber das haben wir erst die Blüten. Auf drei, eins, zwei, drei. Aber es ist geil, aber es ist geil. Es ist ganz anders als auf dem Bild. Es schmeckt wie Marrone. Aber es ist wie Eskastanien für mich. So lecker. Ich habe es mir ein bisschen fester vorgestellt. Ja, voll. Er dachte, dass jetzt so eine richtige Nuss innen drin ist. Aber das ist es gar nicht. Sehr süß. Aber es ist wirklich lecker. Aber das ist jetzt eher so ein Nachtisch, oder? So ein süßes Snack eher. So lecker. Ich weiß nicht, aber es ist wirklich ein Hohlfrau. Genau. Ich glaube, ich liebe alle. Ich liebe alle. Ich muss jetzt den Tee probieren. Ich bin so gespannt. Kommsts und G excusesstu underwear. Sch Ich bin so wovona. favorite Nuspring- Sprecher- Da sind die the world. Ich bin so wovon. Ich bin so wovon. Das ist gut. Okay, jetzt genau... Keiner. Geh mir nicht mehr her. Voll gut. Der schmeckt wie ein warmer Iso-Dewink, aber nicht zu übertrieben. Okay, wer zuerst? Voll macht zuerst. Das ist mit Fisch. Das ist mit Fisch, oder? Ja. Voll der Kopf. Darf ich? Es ist mit Fisch. Das ist sicher der spicy. Vegetable, sagen wir. Oh, du lustig. Da ist Oktopus mit drin. Das ist Quid. Da ist hier Oktopus mit drin. Ist gut. Oh ja, ist echt schon so geil. Ich glaube, dass das so gemischt ist. Weil da haben sie dann praktisch Gewürze und so. Das wird dann alles zusammengemischt, glaube ich. Und dann wird das halt frittiert. Also das wie... Ja, ist gut. Ja, voll lecker. Ja. Das war Felix auch noch mal was. Das ist so nice. Ich weiß noch mal ab und du darfst dann sausen. Ja. Wer darf sausen? Ja. Wobei wir haben es in Berlin schon gemacht, dass wir so das Essen geteilt haben. Aber so normalerweise ist es, glaube ich, ja nicht so, dass du... Ja gut. Okay. Okay. Hello. Are you open? Eating? Three? Yeah. Wir drei. Ta-da. Wow, da da 바로 앞이잖아요. Ich habe nicht damit gerechnet, dass unser erster Abend mit so einem Essen endet. Draußen? Ja. Cool. Okay, also du nimmst es dann und schlagest es dann ab. Das hast du verstanden. Es ist voll egal, die Idee, einfach das Ding hier aufzumachen und mal den Blick nach draußen. Ja. Aber solche Gerichte für die Krieg sind bei uns bei keinem Asi auch nicht. Ja. Das ist auch koreanisch. Auf. Genau. Sogenein Pocah��는 개념이었죠. Ja, Pocah. Ja. Oh, das ist richtig junger. Okay. Nice. Das ist alles rein. Ja, jetzt muss ich sagen. Es ist alles... Es ist alles... No demon. Aber das ist... Oh, das ist was nicht��는 Frage. so krieg постав. Also von flows drin. Ich nehme mich immer mehr dazu. Na, dass ich noch nicht daran Pointsono. Aber nicht mehr davon ab. Ich nehme ein Anmerik, darf ich hingehen, ta? Particularly Legere nicht. olithicalerieáng linha. Also? wir Freeze uns paar Eと einTeam Grapf کےliersten. Oh, das ist irgend? Ich nehme an Alexisch? Oh, das ist gleich fajer. Oh, ja! basically, was ich nicht benötige... Das sindorge? Yess moNer? Du hoNer. Also Oktobus, 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 Oktobus. Oktobus, 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 Oktobus. Jawohl, also eigentlich gibt es immer Oktobus. Voll nice. Ah, 그냥 한국어를 영어로 그냥 바꿔놓은 거네. Oh, 바로만. Also, ihr habt ja am Anfang vier gesagt, das finde ich, hört dich auch geil an. Fishing Horong, keine Ahnung. Ich bin, ich bin offen für alles. Ja, aber ihr könnt auch die vier nehmen, also mir ist echt egal. Aber zum Essen haben wir, ja? Ja, wir bestellen schon mal Essen. Okay. Äh... Horongi. Horongi! Yourself, nackzie, hoongi. Horongi! Horongi, du-dechäu-mai? Aber nackzie hoongi deshsul-mai? Nackzie hoongi. Nackzie hoongi. Suri dochymdeno-mai는데요. In color you have to eat, hoongi? No, 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 hongi. Hongi, nackzie hoongi. Nackzie hoongi. Nackzie hoongi. So, but for... Nackzie hoongi. So what for... Nackzie hoongi. Jγkonflette ask for you, if you wanted. Nackzie hoongi. Oh, 설마. Oh, du bist so schön. Ich bin wirklich. 850 Pfutscham. Nein, du bist so schön. Nein, du bist so schön. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wie wichtig am Anfang der ganzen Zeit? Ja. Kann das nicht essen, hey. But is it cooked octopus? Or alive? Ichimmuner. It's cooked octopus. Okay, okay. Okay, okay. Oh, 번역기 없었으면 어떡할 뻔했어. Okay. Ah, 번역, 번역. Bei der Octopus hat mich jetzt gerade schon mal kurz geschockt. Yes, okay. Oh, let's go. Oh, so nice. Oh! Oh, so cool. 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 It's got kimchi. Oh, it's got kimchi. Yes, kimchi. You can see about this. Got kimchi. Das ist die Oh! Oh, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Oh, das ist gut. Guten Tag. Das ist gut. Ich muss jetzt mal fotografieren, was das ist. Weil, wenn ich mich ganz bewusst bin, was das ist? Das ist gut. Ich bin echt gut. Das ist echt gut. Oh, da ist ja경. Der Nachmittag hat mich schon mal zu tun. So, bis jetzt? Also, das ist gut. So, das ist einfach Tiedig. Hier hat man das. Ja, das kann man direkt essen. Also, das ist gut. Das ist gut. Das liegt ja gar nicht drauf, meinst du? Tja, sonst kriegt man bei uns nicht. Ach, das ist gut. Oh, das ist nicht so sehr. Diese Schnecke machen wir fertig, ich kann es sich nicht anschauen. Wie findet sie es? Sie bewegt sich einfach die ganze Zeit. Ja. Lecker. Würzig. Das ist kein Ausdruck. Die Schnecke muss durchlaufen. Wir wollten sie-fut, wir kriegen sie-fut. Also, I think this is the burger. Oh, 그래도 매운 양념인데 그렇게 거부감은 없네요, 친구들이. 저 정도 배고프면 뭐 다 들어가야 돼, 지금. 너무 배고파. Is this okay? 맛있겠다. Ich finde es lecker. Das ist echt gut. Soll ich mal wenden? Ich glaube, die wird das schon sagen, oder? Echt lassen und warten, bis die sagt, Luke. Mit dem zerschnallen wir es und mit dem überhören wir es um, oder? Du musst immer eine Scherde dabei haben, habe ich gelernt bei Galileo. Wo in Korea? Ja, die essen ganz viel mit Scherde. Yuck. Das hat sich jetzt geschenkt. Ich mache das so sehr. Die Marke-futaten, das war nicht. Das ist so glücklich. Ich mache die Frage, warum ich sagen möchte. Und das ist so glücklich. Das Restaurant von der Location und auch das hier sieht richtig geil aus. Also es ist super klasse. Ich nehme jetzt mal hier so einen Oktopus einfach. Oktopus schmeckt schon mal. Ich finde diesen Oktopus, auch Jokalapsel doch sehr gut 하시네. Also ich finde, es ist so dumm mit Schreck und so. Wisst ihr, was ich am meisten feiere? Den Oktopus. Was denn? Lecker! Man muss so eine gute Schärfe hat, aber man halt alles noch schmeckt. Ah, okay. Es ist so gut, dass wir offenes Fenster haben. Ich würde so schwitzen. Und es weht es einfach nicht. Okay. Ja. 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 Das schmeckt es? Das schmeckt es in der Hose? I'm so cold to ever, I'm sorry. I'm so hungry. Ah, schön. Kimmichel und kochelchen. Oh, ist es so schön, das ist es so schön. Aber das bekommen wir sowieso nicht, oder? Das ist doch schön. Chamquilm und schütteln? Ja, das ist ja so schön. Ja, das ist ja so schön. Ja, das ist ja so schön. Oh, das ist ja so schön. Ja, das ist ja so schön. Ja, das ist ja so schön. Wir haben heute schon öfter von einem Teller gegessen, stimmt. Wir teilen schon ziemlich blöderlich. Ja, schon besser. Richtig geil. Wir essen sogar zu lang für die GoCo. Geht auch nur noch ein Stück. Stamm, voll lecker. Das ist egal. Wir haben heute schon öfter von einem Teller gegessen. Ich bin echt voll, aber es ist einfach lecker. Die Rücke ist aus. Die haben sie einfach abgeschaltet. Krass. Krass. Jetzt müssen wir gehen. Dann müssen wir hier das sagen. Danke. Richtig. Wie viel zu essen? Oh, das ist so schön. Danke. 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 950.000. Danke. bench Mmh. Hier gibt es jetzt Frühstück. Ja, aber ist das dann so, so, so... Also das musst du dann mit heißem Wasser aufgießen, oder was? Ja, hier. Ja, genau. Du musst das halt nur aufkochen. Aber wir können es mal probieren, wenn wir schon mal da sind. Ja. Aber 설득 hat er. 설득한다. Yung, Ongo, einmal 먹자. Oh! 이것도 nicht! Ja, das war ja. Echt was? Ja. Frühmarsch, früh gekostet. Ja, lass dich mitnehmen. Ja. Frühmarsch. Frühmarsch, frühmarsch. Ich liebe es, ich finde es lustig. Da, schau mal, zum Mochi. Kommt das aus Korea, oder was? Das wusste ich gar nicht. Und was macht der hier? Ich mag das Tier. Oh, süß. Ja, schmeckore, Mama. Ja, süß. Babi bütze ist er. Ergut Babi. Oh, Maschum. Ah. Söngi, aber es ist gut. Wenn ich die mitnehmen, kostet nicht mal einen Euro. Ja, okay. Warte mal, 2 plus 1. Ah, 2 plus 1. Ah, 2 plus 1, 맞아. Die Augen sind schnell. Ja, okay. Einfach draufdrücken. Genau. Das ist 아침. Das ist so. Ja, jetzt haben wir halt nur so kleine Snacks. Reicht das uns, das? Sonst haben wir alles, oder? Ja, das ist Larch. Ah, das ist Larch. Wollen wir den gleich hier dringen? Ja, wollen wir uns ganz kurz hinsetzen? Wir könnten hier die 3 Stunden Supermarkt machen. Ja. Wir setzen uns jetzt kurz hin. Und analysieren unsere Beute. Wir essen jetzt die Pülze. Alter. Oh, Jungs, hey. Morgen gibt's besseres Fisch. So was ist immer in Korea zum Fisch. Ja, aber Cookies will ich jetzt schonen. Das ist nicht euer Ernst, ey. So. 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 Ja, vor allem, ganz ehrlich, wir gehen ja in keine, oder wir sind noch nie in unserem Leben in Fünf-Sterne-Rester rausgegangen. Oder sowas. Warum? Wir werden unser Verhalten da in Korea nicht ändern. Das ist... Wir sind eigentlich genügsame Menschen. Wir sind genügsame Menschen. Also. Wir sind... Also, halt ewig. Morgen gibt's besseres Fisch. Okay? Das erzählen wir dann in Bayern. Das ist nicht euer Ernst, ey. So was isst man in Korea zum Fisch. So was isst man in Korea zum Fisch. Ja, aber Cookies will... Also, wir sind in Deutschland so cool. Aber wir sind so cool. Also, wir sind so cool. Ja, ja, ja. Wir sind so cool. Wir sind halt Weethearts. Wir sind halt Weethearts. Also, Jungs, ich merk schon, so mit der Lebensmittelversorgung klappt es bis jetzt noch nicht so gut. Warum? Gestern Abend war doch gut. Ja, gestern Abend war gut, aber der Rest vom Tag war heute etwas zäh, sag ich jetzt mal. Das ist geil. Ich lieb's. Puhuuhu. Puhuuhuuhh. Puhuuh. Weethe. Wir sind einfach kleine Filz. Also die sind gut. Können wir uns auch noch einen Stuhl? Ist doch gut. Warum? Gestern Abend war doch gut. Ja, gestern Abend war gut, aber der Rest vom Tag war auch jetzt etwas... Okay, pass auf, wir essen jetzt, wir essen jetzt die Pilze. So ein Stängel, schlafen wir. Es sind Magic, Magic, Magic Mushrooms. Es sind Magic Mushrooms. Das ist Magic Mushrooms. Das ist Magic Mushrooms. Die Mushrooms sind so schön. Die Mushrooms sind so schön. So, wir sehen uns, dass wir dir hier voll das schlechte Frühstück bieten. Vor allem die Pilzform, die sorgt dafür, dass du wenigstens das Gefühl hast, was Gesundes zu essen. Glaubst du heute Morgen zum Frühstück? Oh, Pilze. Oh, gesund. Ich bleib bei meinen Pilzen. Ich glaub, von hier geht die Siblein, oder? Das ist doch. Das Gefühl hast, was gehst du, um das zu essen. Die waren nicht so gut, wie ich sie erwartet habe. Magic Mushrooms. Boah, 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 boah. Ja. Ich bin so gut. Ich bin jetzt echt mal gespannt. Ich hab so Hunger, ey. Ja. Ja. Warum? Ja. 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 '. Ja. Ich hab die Zwiebeln. Ich hab die Zwiebeln. Ich hab die Zwiebeln. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Also, wir haben jetzt eine ... eine Wahl von Schiengewerben, oder? Sie sind richtig gut aus. Kade. Sieg euch. Das ist gut. Die Zwiebeln. Die Zwiebeln. Die Zwiebeln. Ja, das ist gut. Das ist ja. Die Zwiebeln. Das ist ja so gut. Das ist ja so gut. Das ist ja so gut. Die Zwiebeln. Der PIONSEL hat auf den Markt. Sie sind ja so gut. Das ist ja so gut. Das ist ja schon sehr spannend. Ich weiß nicht, was ich... Wir haben einen Schmack-Bien-Geschmack-Klein-Geschmack-Klein-Geschmack-Klein. Ich habe mich nicht in Deutschland. Ich habe mich nicht in der Hand. Ich habe mich nicht in der Hand. Ich habe mich mit dem Schlüsseln. Schlüssel. Ja, das ist schon so gut. Man muss es aufzunehmen. Ja, man muss es aufzunehmen. Es ist sehr schön. Es ist sehr schön. Oh, es ist sehr schön. Okay, okay. Es ist richtig gut. Wir haben einen Kommentar, einen Kommentar. Oh, das ist so gut. Das ist so gut. Ja, das ist so geil. Also, so unglaublich lecker. Ja. Aber richtig geil. Oh, das ist wirklich lecker. Okay, das muss ich echt noch üben. Okay, das muss ich echt noch üben. Was genau? Ja, das ist ausdrücken. Das ist wirklich lecker. Ich glaube, das ist wirklich lecker. Homeshoppingen, wenn man jetzt... Homeshoppingen kann man nicht mehr machen. Das ist wirklich lecker. Das ist wirklich lecker. Ja, das ist wirklich lecker. Ja, das ist richtig. Okay. Ahyun. Oh. Aikoh, das ist ein bisschen falsch. Okay. Ich bin gespannt. Da klappt auch ein Reis drauf. Alter, sau lecker. Okay. Very good. It's not salty, right? Äh, Brosten halt einfach. Es ist allgemein sehr würzig alles. Ich glaube, Sie würden wahrscheinlich sagen, dass es kalt ist. Also nicht kalt, nicht scharf. Als dass die Kalt ist, dann könnte ich es klicken. Das ist ein bisschen mehr, oder? Ja, doch ein. Wird es noch mal? Nein! Nein, nein, das ist... Wortei Schäuern, ja! Ja, ja, 이게 이제 하이라이트인데... Wortei Schäuern... Doppelodol, T угlada... Gattelbläu, dann können wir die Hются noch. Wortei Schäuern... Wortei Schäuern... Wortei Schäuern... Wortei Schäuern... Das ist bloß die Schale. Aha. Das ist Face. Ah. Oh, nee. Ah, nee. Das ist echt viel zu viel. Das ist einfach noch so viel Essen da. Ja. Das ist echt viel zu viel. Aha. Felix, das Wichtigste? Aber was steh ich, wenn ich einen Hamschuh habe? Oh. Ah, Kimchi. Oh, man. Ich liebe das. Soulfood, ja. Die Teulgejang hat die Kacinam und Kimchi hat die Kacinam. Was ist das Kinokos? Das ist Kimchi. Das ist auch noch Kimchi. Ja. Oh, man. Ich liebe es. Das ist ja. Das ist einfach. Ach, die Kacinam unduirat. Was ist das? Ja, Kacinam. Was macht sich damit. Das ist ein Schöten. Was ist das Kacinam? Ich weiß sondern auch, das ist ein Schöten. Ich weiß nicht, das ist das Kacinam. Ja, das ist das Kacinam. Es ist sehr schön. Das geht nicht so gut. Es ist sehr gut, alles. Mechurianer habe ich schon gesehen? Ich habe schon gesehen. Ich habe noch nie 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 gesehen. Jetzt ist es üheräb- Kaptain? Orgh. Komm schon Ja, aber hier siehst du? Das sind Eier, ja. So ein kleines Beil. Das ist so lecker. Das ist einfach raus. Das ist richtig lecker. Es schmeckt ein bisschen wie Hühnchen von der Konsistenz her. Und tasty. Das ist ein kleines Beil. Das ist so schön. Das ist ein kleines Beil. Wir haben Lop oder Kana. Wir haben Lop oder Kana. Wir haben Lop oder Kana. Brut ... ... ... ... ... ... ... ... Was er? Wie kann man essen? Ich kann es nach unten! Ich kann es nicht. Geht ihr dasselbe? Ich muss mir das auch ein bisschen abgeben. Ich muss mich auf einmal aufgeben. Du hast es vorangeheben. Oh, oh! Alleine Suppe hätte für uns gewagt, oder? Ja. Cool! Oh, man. Das ist toll. Das ist natürlich so schön! Wow, man! Das ist sehr schön. Das ist wie ein Alba, der sich ein Alba! Ich bin ein Alba! Das ist gut! Ich bin ein Alba! Ich bin ein Alba! Ich bin ein Alba! Es ist so gut! Ich bin ein Alba! Diese Suppe ist noch so viel losgelöste Krebsfleisch drin. Maza, maza, maza. Oh. Stecksuppe. Oh. Allein diese Suppe. Alleine Suppe hast du ausgereicht, oder? Voll. Ja. Was machen wir damit? Achim! 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 Ich weiß nicht, was ich mit diesem Blatt machen soll. Wir lachen nicht drüber aus. Achim! 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 groomer alleden. Achim! Achim! Ja, arbeiten. Das ist das Fleisch. Ja? Ich hab einen Kaffee Social. Das ist das? Jeidi noch ein Beispiel. Das ist das ein Kaffee? Nein! Das ist das Kaffee. Ja, das ist das! Ja, ja. Ja, ja. Ja, das war das, ich sage, was ich habe... Ich habe das mair mit dem клеig. Ich habe das ganz schönes Telefonnummer. Ich habe das mal ein kleig. Ich habe das die Lieblings-Polein-Den-Den-Den-Den-Den. So. 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 Also mein Ding war, es ist bestimmt nicht richtig, aber wegschmeißen wollen wir es auch nicht. Ich bin eigentlich echt satt. Ich bin überrascht, wie angenehm ich die Schärfe findet. Aber ich finde es interessant, dass ich es, wenn ich es esse, dann ist es zwar schon. Ich habe das mit dem Essen aufgeteilt. Jetzt war es nicht so gut. Lecker. Ich muss es sehen, wie sie es sind. Ich werde es nicht so gut verletzt, wie sie es sind. Also, wir sind bei der Wasserparken, wenn wir sie essen essen. Ich werde es bei mir expectations. Aber wir sind auf der Wasserparken, und wir kommen da an ein paar Blumen essen. Ich werde es unter anderem, was da zu sein. Ich bin immer wieder auf der Kugel, so wut ich sie. Wir haben auch ein bisschen in der Kugel-Kang-Kang-Kang-Kang-Kang-Kang-Kang-Kang-Kang. Aber wir haben keine Zeit, weil es hier nicht mehr geht. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Ja, es ist nicht möglich. Machen wir uns auch zum Auto? Ja, würd ich auch sagen. Und dann fahren wir zur Fähre. Okay, auf geht's Jungs. Das nehm ich. Hier, Stockboot? Ja. Ja, sollte funktionieren normal, oder? Ich will schnell mein Stuff noch rein, gell? Ich auch. Was meint er? Man muss noch ein bisschen Geld machen, oder? Ja. Ja, ja, das ist ja alles mit betternägen... Ich bin zufrieden, das haben wir zu geben. Wir wollen wir uns einig? Ja. Wir wollen das so. Ich muss das machen. Das ist das Biret. Das ist das Biret. Das ist das Biret. Wir müssen jeden Tag essen, das ist klar. Aber wir müssen uns für diesen Tag ein bisschen was... Man ist dann ein bisschen in der Natur hier und kann auch Feuer machen abends, zum Beispiel. Cool Feuerstelle. Ja, glämpfing. Glämpfing-Jange ist hier, aber es ist auch nicht so, dass es nicht so ist. Wir machen einfach alles, dann können die auch machen. Wir machen auch alles. Was davon? Mehlkarus? 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 Ich bin jetzt echt gespannt, was brauchen wir jetzt? Das ist Mehl auf jeden Fall. Ich möchte einen Stockbruch machen. Aber wir werden sehen. Quatschengi-Bang? Quatschengi-Bang? Quatschengi-Bang ist das? Und Wurst. Ah, Stockbruch. Oh, Stockbruch. Was? Was? Stockbruch. 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 Oh, Stockbruch. Just 쉽게 말씀드리자면, 그냥 나무꽃에다가 이 반죽을 감아서 어릴 때부터 어디 날들이 가면 이렇게 해 먹었어요. 소풍 가면 그냥 필수예요. 반죽 직접 만들어서 와, 신기하다. 알아먹고 굽는 거죠. 와, 너무 신기해. 이 Quatschengi-Bang, 오케이. Quatschengi-Bang 일단. 와, 너무 새로운 그림이다. 캠핑장에서 고기 안 구워 먹는 걸 그러니까요. 제 기억에는 처음입니다. 빵 만드는 거 진짜 처음입니다. 어젯밤? 우와 같은 음식들. 기사 없는 게 이렇게 많이 흔들냐고. 아, 다 눈대중으로 이렇게 많이 해 먹나 brave. 야, 저를 구워 먹는구나. 그럼 시작합니다. 오케이. 오케이. 자, 매우면 aún 네. Also aufpassen, du kannst das mal draufkippen und dann können wir mal mit dem Löffel ein bisschen durchrühren. Ja, mehr. Okay, machen wir Stopp. Es gibt keine Gabel, also grüllen wir mit Stäbchen. Weiter. Okay, machen wir Stopp. Okay, ich glaube, jetzt können wir mal kneten. Nachher mal zum. Mal wegen dem. Kann ich schon? Ja. Vielleicht noch ein bisschen kaltes Wasser. Ein bisschen, vielleicht. Ja. 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 Das ist schwierig, oder? Ja. Ja. Das ist schwierig, oder? Wie soll es auf dir waren? Ja. 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 Ich würde es relativ nah ans Feuer stellen, damit es noch ein bisschen stockt. Ja, ich würde es relativ nah ans Feuer stellen, damit es noch ein bisschen stockt. Stopp. Ich zunah nicht, dass das Handtunfeuer fängt. Nee, ich glaube es nicht. Das wird den Grill aufhören. Die Fläger haben immer behindert mich mehr. Ich bin ja auch nicht gut. Ich weiß, sich auf dem Wasserpark zu Goldelwagen. an der Fläger am Straßen zu Kangil waren. Im Meer spazieren. Ich fang wieder auf die Fläger nicht. Ich habe es nicht mehr zu essen, ich habe es nicht mehr zu essen. Ja, lass mal kurz nach dem Stockboot schauen. . 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 Das geht nicht. Eigentlich ist er ja so trocken, dass du ihn in der Hand ohne Probleme zu einer Rolle wickeln kannst. Wie Pizzateig. Der wird nicht mehr besser. Felix, der wird nicht mehr besser. Es war einfach zu viel Wasser. Der wird nicht mehr besser. Was ist das? Es ist einfach so gut. Aber schau hier. Es ist gut. So, das ist gut. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Es ist kein Schokolade. Wie ist das? Wie ist das? Es ist schon eher noch Ruhe. Es wird schon eher Ruhe. Wird das so? Ja. Backezapfel brennt. Luke, was sagst du zum Stockboot? Ehrliche Meinung? Alter, schmeckt das geil. Was ist das? Ja. Wie ist das? Ja. Wird es so gut ausprobiert. Es ist sehr gut ausprobiert. Das ist so gut. Oh, das ist das? Das ist doch nicht. Genial ist das so gut. Das ist doch nicht so gut. Danke schön. Danke schön. Danke schön. Man kann ja also versuchen... Also ich glaube, dass das durch ist. Ich glaube, dass das durch ist. Rühe, du weißt nicht mehr, ne? Vielleicht esse ich selber. Du wolltest lieber prüfen, ob die noch zuhören oder ob sie mir so tun lassen. Ja, der Rest kriegt dann später Wasser. Das dauert nur ein bisschen. Aber es freut uns auch, dass der Stockproba euch scheinbar ganz okay ankommt. Hier kommt alles ran. Soll ich nochmal Stockproba drehen? Ja, auf jeden Fall. Machen Sie einfach so, ich bin mehr so der Mann fürs Grobe. Und du bist dann mehr so die Feinarbeit. Das machst du dann, okay? Damit könnten wir unsere Produktivität steigern. Oh no! Ah,製作人한테. Mein Freund. Ähm, kann ich die Zange ganz kurz haben, bitte? Ja! Wir gehen nach Korea und machen Stockbrotbude auf. Stockbrotbude in Südkorea Millionäre werden. Und wenn alle so schnell produzieren würden wie Lukas, dann könnten wir sogar zwei Millionen machen. Und wenn alle so schnell produzieren würden wie Lukas, dann könnten wir so einen Nudeln oder was gleich bestellen oder wie? Ja, wir müssen erst mal schauen, was es überhaupt gibt. So? Ja, wir müssen erst mal schauen, was es überhaupt gibt. So? Biet? 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 Wasstring ist, wasstring? Nein, ich bin ein. Vorwahl! Ah, die Größe. Ah, ja, ja. Okay, ich bin ein. Ah, ja, 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 ja. Ja, ich bin ein. Ah, das ist ein großartiger. Ah, okay, ich bin ein. Great. Danke. Danke. Danke, danke. 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 Das war ein String, oder? Was trinken? Ich würde noch ein Getränk mit rausnehmen. Ja, ja. Jetzt soll ich fragen, ob wir Wasser, ob wir Getränke, ich sage mal, dass wir Getränke nehmen. Wollt ihr eine Cola, Jungs? Ja, ich schau, also ich würde es selbst auch noch scharen. Okay. Wollt ihr eine Cola, Jungs? Ja, ich schau, also ich würde es selbst auch noch scharen. Okay. Felix, kannst du dich nicht entscheiden? Das ist fast alles Alkohol. Jetzt habe ich überlegt, nehme ich einfach was mit drei Prozent Alkohol oder? Ja, das ist auch ohne. Ich glaube, das ist ein Iron Supply-Bring. Ich glaube, das ist ein Ding. Also in Italien sind die bauchiger, aber nicht so hoch. Okay, man bestellt das und das und dann kommt das. Dann kommt das ganz was anderes. Ich bin gerade echt gespannt, was sie macht. Ich bin gespannt, was sie macht. Ich bin eigentlich aus dem Ich bin sehr安, wahrscheinlich ganz vorbereitet. Fuss genie L Ja, ein paar Pungsen. Ich weiß nicht. Oh! Ich weiß nicht. Oh! Oh, gut. Du gehst nach dem Spiel. Ich bin der Golf. Das ist gut. Okay. Danke. Jetzt ist es zu sagen, dass es so schön ist. Ich habe es zu sehen. Ich habe es nicht so gut. Ich habe es zu sehen. Ich habe es zu sehen. Passe, ich hab das Pülle auf einmal. Alter. Boah, das ist richtig. Boah, schmeckt super lecker. Ich hab dir schon mal eins singen lassen, Felix. Hier ist ein wirkliches. Soße ist auch geil, das sind nicht nur Sojasauce. Ich find's geil, dass Oktopus dabei ist. Ja, aber voll lecker. Das heißt, die Blätter sind einfach irgendwas, was wir gar nicht kennen. Also, das ist super lecker. Das ist, finde ich, das beste Gericht bis jetzt. Das haben wir jedes Mal gesagt. Das schmeckt mir am besten. Das ist echt wirklich so ein bisschen deftig auch. Das hat so Pfannkuchen, was? Und das andere war ... Ja, vor allem, weil die ... Irgendwas ist drin, ja. Danke. Also, das ist richtig geil. Das ist mein Lieblingsessen bis jetzt. Damit wir nicht mehr klauen müssen. Ich schaff's gerade nicht zu essen. Ein bisschen, jo. Das ist, weil das auch in so Salzlake drin ist, gell? Ja. Entschuldigung. Aiu! 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 Ich finde das schmeckt wie Oliven. Ja, langgammann. Ich finde das schmeckt wie Oliven. Ich finde das schmeckt wie Oliven. Ich finde die Blätter so schwer aufzuspiesse, sag ich schon. Die Nudeln ist so gut. Da tut mir so. Ganz ehrlich. Toll. Toll. Sorry. Heute früh mit den Nudeln ging es so gut. Ja, vor allem, weil die so glatt sind, diese Blätter. Manchmal, wenn wir Sushi essen gegangen sind, halt immer. Aber mit diesen Blättern ist es halt schwierig. Ach, das ist dein Stichchen, Felix, oder? Ich helfe dir, okay? Ja, wir machen. Ah, schau mal, da ist der Oktopus. Das ist der Oktopus. Das ist, weil wir essen Pallen. Das stimmt. Das ist Teil der Essenskultur. Was für hell. Danke, Wolfgang. Das ist der Oktopus. Ah, das ist der Oktopus! Das ist der Oktopus! Das ist der Oktopus. Das ist der Oktopus. Ich glaube, ich weiß nicht, was ich hier. Ich denke, ich habe den Oktopus. Ich glaube, ich weiß nicht, was ich hier. hier. Das ist aber auch gut. Wissen wir selber nicht, Lukas. Aber es sieht... Wie ist es? Lecker. Und viel besser, als es aussieht. Ja. Ich finde, es sieht nicht lecker aus, aber es schmeckt gut. Überzeugt. Ich hätte es mir nicht bestellt. Das ist so ein Hauch von Oliven. Das ist jetzt ein Seetag. Wissen wir selber nicht, Lukas. Aber es sieht... Wie ist es? Lecker. Und viel besser, als es aussieht. Ja. Ich finde, es sieht nicht lecker aus, aber es schmeckt gut. Ich hätte es nicht probiert. Also ich hätte es mir nicht bestellt. Das ist so ein Hauch von Oliven. Ein bisschen, ja. Das ist, finde ich, die größte Überraschung. Weil das jetzt eigentlich nicht so appetitlich ausschaut, aber total lecker schmeckt. So lecker. Ich bin mehr Fan von dem hier. Das ist aber auch gut. Das haben wir jedes Mal gesagt. Es waren alle gut. Ja. Das schmeckt mir auch besser. Das ist so. 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 Das ist ein Kaffee, der Kaffee ist. Das ist ein ganzes Kack. Das ist eine andere Sache. Ja! Ah, das ist doch... Das ist doch. Aber hat nicht anderen... Aber hat nicht anderen... Aber anderen hat einen eigenen Geschmack gesagt. Ja, das ist doch so. Das ist doch... Ich weiß nicht. Das ist Milder. Milder. Aber hat einen anderen Eigengeschmack, sag ich mal. Die fühlt sich überwalt. Ich bin mehr Fan von dem hier. Das ist aber auch gut. Ich finde auch die Kombination echt cool. Wirklich, dass du so ein bisschen was Würziges, Scharfes dabei hast. Dann was eher salzig ist. Ich finde es geil, dass wir nach der Wanderung jetzt einfach so einen geilen Snack bekommen haben, den wir nicht erwartet haben. Ja. Ich kann es. Ja, oder so. Ich kann es. Das ist Ujung. Ujung. Felix, kannst du es essen? Kannst du es essen? Ist es? Ja. Vielleicht gibt es jetzt unsere gleiche. Hier draußen ist das schön. Vielleicht schließen wir auch. Sie haben zumindest Weinflaschen. Und Essen? Keine Ahnung. Kannst du mal das da drüben übersetzen? Ja. Grafbeer oder Bottlebeer? Ja, das klingt doch gut. Wenn nicht, dann ganz ehrlich. Dann setzen wir uns einfach noch hinten in die Kneipe rein, trinken Bierchen und... Okay. Ja. Oh, das ist korean Bier. Das ist korean Bier. Das ist korean-dryft Bier. Für mich ist das eine? Nur für mich ist das auch? Ich nehme das auch? Ja, das ist sehr heiß. Und? Ja, ja. Und Essen? Das ist gut. Ist es noch ein Vegetable Meal? Oder weniger Fleisch? Ah, weniger Fleisch. Ah, das ist koreanische Süpe. Ja, okay. Sollte! Oh, gut, gut, gut. Gut, gut. Oh, Sojong, gut. Ich fand es schon schön einmal drauf zu gehen. Aber es war irgendwie schön trotzdem da jetzt nochmal rumzugehen. Ja. Jetzt haben wir noch mal Energie. Schau mal, jetzt ist... Ja. Es ist eine super Zeit. Um halb zwölf im Bett. Jetzt passen wir auf, wir sind ja hier so um die Ecke gegangen. Achtung, Lukas. Ich hab gesagt, Samstag. Ah, na, 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 na. Oh, 맛있겠다. Ja, wir haben einfach ein Gewicht mit Muscheln bekommen. Ja, der hier ist wirklich eine Whim-�도 viene. Ja, das ist doch kritisch. Oh, komm� so. של cinst, we need your love. Ich hab noch einen Gewicht mit decided. Und das so um. Ich hab noch einen Gewicht mit einer Gewichtinginie. Ich hab noch einen Gewicht mit dem Gewicht mit einer Gewicht. Ah, das war wirklich so. Oh, ja, das war ja. dell'Eing cuerse ein Gewicht. Was sagt der Bierkenner? Naja, ich bin nicht so der Bierkenner. Schmeckt sehr wasserig. Wasserig, wasserig, wasserig. Ja, im ersten Moment, im Nachgang, schmeckt man eher, ich weiß nicht, ob es der Alkohol ist oder der malzige Geschmack ist. Ist halt recht mild, das mag ich aber. Also ich mag gerne Bier, was bisschen. Aber Oktoberfest wird sowas nie passieren. Oh, 약하단 뜻인가? Tina잖아, 독일. 독일 생mackju, 흙mackju. Tina. 독일 맥주는 주로 우리가 수도원에서 많이 만들었잖아요, 1000년 전부터. 근데 수도원에서 금식을 많이 해야 되니까 배가 고픈데. 통수화물이 필요하고. 네, 그러니까 일부러 밀맥주나 이런 거 조금 더 묵직하게 만들었던 것도 있어요. 영양이 높아요. 영양도 높아요. 아, 영양도 높아요. Ich hab noch niemuschling gegessen. Hast du leben? So, ich probiere jetzt einfach mal. Ich hab das drüber, ob ich das Fleisch irgendwie rausdußt. royriters, 국제cond snack können. tremendous ratios just incredible예요. clothes Fridays 아 gar� Dominican 닮았다. 아, 너� wiring 을 위한 walls Das ist ein Pfeil, Süße, Wasser, Spice. Okay, das ist für uns. Okay, danke. Nur Chili ist drin. Scheiße. Das ist sehr schön. Es ist bezweiflich, dass ich einen Chili habe. Du musst es nicht essen, wenn es dir zu schade ist. Es brennt bis hinterher, hallo? Was? Ich könnte es überhaupt nicht sagen, wie ich es drin ist, weil ich nur schärfisch schmecke. Ah, ich würde taktieren. Ich habe es mir mal in die Nase gezogen, weil ich ihn verschluckt habe. Ja, das war ein ... Oh, es brennt hinten und in der Nase. Jetzt hat sich so, irgendwie so, in den Rachen und in die Nase auf einmal reingebrannt. Ulfgang ist aber ganz schön. Aber es ist sehr heiß. Es ist sehr heiß. Es ist sehr heiß. Es ist gut. Ja, das ist gut. Wow. Ja, das ist super... Ja, das ist super... Nächste Kimfranzschule Ich habe letzte Mal nachdem, следующ Tag, bis ich hatte, die bereits aufzuholen noch einen kurzen Laufrauswahl. Es gibt schon. Das ist doch. Ich bin mir keine einzige Koffer-flanz-flanz-flanz-flanz, in Ordnung. Das ist schon ein paar Betriebe, weil ich nicht so viele Leute ansparen... was ich mich nicht so viele Leute an. Es ist gut scharf, aber noch voll im Warmen. Ja genau, die Muscheln haben wir reingeschmissen. Du kannst auch ohne Soße essen, wenn es weniger scharf. Ja, weil das ist schon übel, oder? Ich weiß, ich habs dieses Ding. Zuerst nicht. Digga, sag ich mir noch mal, ne? Boah, nee, ey. Uh, jetzt brennt's. Meine Zunge fühlt sich krass an, wie wenn da so eine Brandblase drauf wär. Das ist ja alles Zangen, ja. Oh, Felix. Aber das ist so krass, wie ich einfach... Aber wie gesagt, das hab ich ja... Jetzt merk ich's aber auch ein bisschen. Das hab ich auch, wenn ich koch, also wenn ich selbst koch. Oh, das ist krass. Oh, das ist krass. Ja, aber ich denk, äh... Also normalerweise, wenn ich jetzt beim Inder wär oder so, der würde dir wahrscheinlich dann so ein Glas Milch dazu geben. Weißt du, dass du dann die Schärfe... Meinst du? Der Schärfe und der Geschmack von dieser Muschel. Der eigene Schmack. Ich finde, die Konsistenz ganz okay. Oh, 매zich auch mit dem, 다시! Oh, das ist ein Routine. Oh! Das ist so Routine. Okay. So, das ist, wie das, die Leute lieben, das, die Leute machen. Ich denke, die Schmerke ist echt gut. Ich denke, die Schmerke ist echt gut. Ich denke, ich denke, ich... Ich denke, das ist echt gut. Das ist das. Das ist toll, das Stoff. Ja, dass du die Schärfe ein bisschen neutralisierst. Das ist auch perfekte Kombi, Bier und Suppe. Eher weniger Bier, desto wenig Geschmack. Ah, 명häune. Ja, Felix, du hast recht. Du hast absolut recht, ja. Bezäkter auf den Karten entstand. Das ist gut. Gutti, das ist gut. Gutti. Das ist gut. Ein Klimas pro Team für wenn es her Grund gibt. Wie geht's der Herbst? All right, Drop it! Bis zum nächsten Mal. Oh, zum nächsten Mal. Es ist gut so, ja. Ich liebe es, das war. Ich liebe es, die ich in der Köln. Ich habe mal bei der Köln auf die Köln. Ihr habt das in der Köln? Ich habe auch keine Köln? Ich habe das keine Köln. Ich habe keine Köln. Ich habe keine Köln. Ich bin sehr stolz. Ich habe nicht gesehen. Das war das alles. Ich habe es nicht gesagt. Ich würde es nur aufhören, dann muss es ein bisschen schön sein. Okay, so let's have a look. Yeah, yeah, we will try. Short question. You said it's not spicy. You said it's not spicy. You said it's not spicy. It's a little bit spicy. That was a good joke. But it was very good. The second one? It's more. Okay, good to know. Even more, okay. Funny. We can't like, no spicy food based on fish, dry fish. So think of it like dry fish. Yeah, that sounds great. This is spicy too? No, no. Just... Yeah, okay. Wir haben mal wieder was bestellt, wo wir nicht wissen, was es ist. Wie immer. Ja, ja, nehmen wir. It's fish. Okay, fish. Ich sag, ich bin jetzt echt gespannt auf den trockenen Fisch, weil es gibt ja in den Supermärkten immer wie so... Aber vielleicht macht er das auch nur für uns. Ja! Oh! Ja, ha ha ha. Ja, Robby. Oh, oh! Oh, OK! Oh, OK! No, I'm so sorry, right! Ah, so... Ah, so... Look at this. Okay, looks sick. Oh, wow. Aber warm. Also das ist Trockentüch jetzt? Ja, scheinbar. Ja, wie die Mischung aus Fischstäbchen und Puffreis. Wie Pommes, oder? Ich find's geil. Oh wow, die Konsistenz ist schon... Das ist mit der Zeit so den typischen Fischgeschmack im Mund entwickelt. Aber ich find's überraschend, dass es so trocken ist. Das ist so trocken. Möchte, Mayonnaise, Kaninchen, und die Leute, die diesen Schmack haben, das ist so gut. Ja. Aber es schmeckt uns auf jeden Fall so gut, dass wir dauernd weiter snacken. Ja. Das ist so wie bei Chips, das hat so einen Suchtfaktor irgendwie. Voll. Wie Pommes, Chips, keine Ahnung. Hast du dir nicht ins Auge langscht, wenn du die Chili-Auge langscht? Ja, das ist richtig böse. Nase, aber wie in Katja. Ja, ich würd noch eins trinken. Can I have one more? Okay, okay. Thank you. Auch kein arabischer Flick. Ja. Kein farbisch. Ja. Wo er halt beeindruckend ist. Okay, der erste Stiles Felix, haben wir noch so'n ganzen Fisch gegessen? Ich find's schon geil, dass die immer wieder sagen so, hey Leute, esst jetzt das. Weil ich glaub schon, es gibt einige Sachen, die hätte ich mir nicht bestellt. So wie das? Hätte ich mir niemals bestellt. Hätte ich mir niemals bestellt. Never. Und Muschelngut, die Suppe hätte ich mir bestellt. Toni meinte gerade, wir essen die ganzen Ozean leer. Ja. Okay, wir packen's. Es war auf jeden Fall richtig cool. Aber irgendwann, das war ja gut. Hier, oder? Yes. Man ordert vier, glaub ich. Schau mal. Also das ging jetzt echt richtig gut. Aber das ist richtig gut. Das ist genau das, was wir brauchen. Echt? Bilder. Yes. Bilder zum Antwerp. Und selber wieder kurvidieren. Das ist Soul. Das hier sieht auch gut aus. Und das hier sieht gut aus. Dann nehm ich das hier. Ja. Okay. Und das. Ja, dann nimm das auch noch. Nehmen wir zwei. Warte mal, du musst es wahrscheinlich ... Jetzt hast du drei genommen. Ja, super easy. Ich glaub, so schnell haben wir uns noch nie entschieden. Ja. Voll. Das war jetzt halt wirklich ... Das ging ja echt super einfach. Das ging jetzt echt ... Nicht, aber das find ich ... Also ich mein, so was ähnliches gibt's ja bei uns auch in so Fastfood-Filialen. Ja. Aber das dauert viel länger, bis du dich da durchgeklickt hast durch das Ganze. Mhm. Weil du einfach nur einmal draufdrückst und dann hast du das schon sofort eigentlich im Wagenkorb drin. Dann gehst du nur noch auf bezahlen und fertig. Also ich find das viel besser so. Also ich bin toll, aber das wäre ja auch gegangen. Wir haben so nicht geschickt. Das ist für nee. Dieses Geräusch, ich denk die ganze Zeit unser Essen ist fertig. Ich weiss nicht. Das sind misestens noch ein à-deater. Oh, Yah. Ich denk das ganze Zeit unser Essen ist fertig. Alles Hallo. Tu n 92 cm. Die haben einfach mal in einer halben Stunde 50 Essen rausgekommen. Weil das ja schon so fast food-mäßig ausgehen. Ja, klar. Da ist es ja schon sehr durch. Zum 양해를 구hren und 주방-imodler-sontrollen. Ja, dann. Und 떡볶이랑 김밥 같이 machen, aber ich habe auch schon mal einen 전화. Ich habe auch schon mal einen 전화. Ich habe auch schon mal einen 전화. Ja, genau. Du sagst, bei uns setzt dich hin, dann dauert es erst mal eine halbe Stunde, bis der Kölner kommt. Und rechts sind die Binnen raus. 322. Und rechts sind die Binnen raus. 322. Ah, dann schauen wir, unser Essen ist schon fertig. Okay. Dann hole ich Wasser und wir essen. So ein Teil. Das ist 100% drauf. Das ist für wir es hier sicher. Das ist eine Sch contradictory. Ganz schön. Du sicht. Das können wir noch mal essen. Das ist alles gut. Und links zusammen. Das ist alles gut! Ach, das geht immer noch. Das ist alles gut! Ich habe das alles gut. Ich habe das unternehmert. Ich habe mich mal auf. Frischkäse, Thunfisch, Gurke, Karotte, Rettich, das braune, das hatten wir gestern auch, glaube ich. Und definierbar ist dieses gelbe. Mango, oder? Tofu, dann diese dunklen Schleifen. Was ist das eigentlich? Die Radieschen sind drin, oder? Das ist Mango. Ich muss halt einfach mal probieren. Jetzt habe ich die ganze Soße. Das ist halt echt ein Ei. Ja. Aber das ist jetzt, ist das Surimi, oder? Oh, das ist so. Oh, das ist so. Tofu, dann diese dunklen Schleifen. Was ist das eigentlich? Radieschen sind drin, oder? Das ist Mango, oder? Nein, das ist, glaube ich, so Käse, oder? Was dann? Hä? Das meinte du, du hast Mango. Aber ich glaube nicht. Nein, das ist kein Mango. Ich weiß es nicht. 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 Also irgendwie auch, wenn es so mehr als fünf Zutaten sind, ist es so viel. Das ist super lecker. Das ist echt geil. Aber das Ding ist, nochmal, in Deutschland heißt es alles Sushi. Es ist voll der Wiesenunterschied zu den Sushi. Ich finde, es ist komplett anders als Sushi. Ja. Also ich finde es viel, also vielseitiger. Ah, 이렇게. Ah, 딱 한 가지씩만 이렇게 들어있구나. Ja, 딱 일본식으로 뭐, 이렇게. Ja, 그러네요. Auf eine Sache fokussiert ist. Das ist mir zu viel. In einem, irgendwie. Total Package, oder? Total Package. Däremata, 식감도 다르니까. Genau. Es ist immer noch ein Sushi. Aber Sushi ist eigentlich immer nur mit zwei Zutaten, oder? Ja, ja. Baka, auch Soda. Ah, 그치. Guck mal, Guck mal. Guck mal, Guck mal. Guck mal, Guck mal, Guck mal. Guck mal, Guck mal. Guck mal, Guck mal. Guck mal. Guck? Weil wüsig ist. Weil das nicht so viel Wasser zieht. Weil du eine Flüssigkeit einfach zu dir nimmst. Ja. Oh, ja. so ja jetzt geht's dicker jetzt wirklich von außen wir können auch noch mal was nachbisch denn 그렇지 oh ja oh 눈빛 좀 ha 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 aber das kannst du machen ja ja aber das kannst du machen ja ja ich kann mir noch mal was nachbisch denn 여행 4일차 만에 우리 축하 주문에 성공을 했어요 ok Felix도 다행히 허락해줬고 그렇죠 우와 자 dante 아 아 pol수강이 많이 배급받나 봐 oh ich 깊이 이제 wie schnell, dass es geht einfach rein und man muss nichts machen einfach super schnell 되게 좋아 하드컵ko 아무것도 안해도 결제 가는 좋아 Felix, zweimal Suppe, einmal so eine Box, Nudelpfanne. Wir haben nochmal das zweimal bestellt, weil es lecker war. So haben wir für die Nummer. 653. Ich denke, die ganze Zeit. Welche Nummer ist es? 653. Ja! Wir sind schon wieder. Das ist wirklich schnell. Das ist wirklich schnell. Das ist wirklich schnell. Was haben wir getrun? Oh, ich bin gespannt. Felix! Das sind sehr süß. Omelette? Wie ist denn das? Abenteuer! Maschina! Was für die Maschina über die Maschina? Obelette aus den wohnen, das erzeug, istúden. Ja, wartei! Ja. Das ist die Maschina, den Güven sch clothes! Oft ist es mit immer so viel zu essen. Aber Barden ist ja gleich, nicht soja. Es ist viel zu wenig soja. Aber wie wir gestern erfahren haben... Ich finde, die schmecken so ein bisschen fruchtig. Und halt die anderen nach Sesam. Ja, Diesel mit Hacksfleisch, glaube ich. Oh, 정확하네요. Sie sind schon sehr fleischlastig. Und Polpumang? Ja, Polpumang nicht. Sehr fleischlastig, meinst du? Ja. Sieht irgendwas Grünes aus. Sieht was schon sehr lecker. Bochut ist, aber es gibt wirklich viele Zwiebel. Was ich überhaupt nicht mag, sind Sachen mit Fleisch. Also ich bin eigentlich Veganer. Und ja, genau. Ich glaube, ich habe bloß noch auch eine Soli gegeben. Ich denke, willst du das Schwein haben von dir? Nein. Wir haben das probiert, nicht? Nein. Sieht was Grünes aus? Irgendwas Grünes. Auf jeden Fall so sieben. Lecker. Ja, Diesel mit Hackfleisch, glaube ich. Mit was sind die? Hackfleisch? Wohle! Wohle, wohle! Oh, dieser Junge! Schmeckt nach Fleisch. Wohle, wohle! Schmeckt nach Fleisch. Okay. Man hört es doch nicht auf leather, weil es um was Stan if one is favourite. Ich würde mag Evening Bcía sein. Ich brauche die vorne-Donkebrücke. Oh! Okay. Aber ich bruche die vorne-Donkebrücke. Ich brauche die vorne-Donkebrücke. Ich brauche die vorne-Donkebrücke. Ich brauche dich damitaja die 라ists. Der vorne war das-Donkebrücke. Ich finde, die schmecken so ein bisschen fruchtig und halt, ja, noch die Sonne. Ich habe den Mann, die Schmuck und die Schmuck und die Schmuck. Ja, die Schmuck. Meinst du was, dass der Wolfgang versucht, Fleisch zu essen? Fleisch? Momentan ist er sehr strikt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er auch Fleisch ist. Oh, das ist ja so. Oh, das ist ja so. Das ist wirklich gut. Das ist ja so. Das ist ja so. Oh, ja. Ja, das ist ja so. 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 Ich bin, als ich in der Europäischen Union habe, immer noch immer noch einen Schmuck. Das ist ja so. 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 Die sind so gut durchgefließt. Auf jeden Fall. Kann ich die zusammenstellen oder das nächste nochmal? Aber auf Dumplings komplett nur mit Fleisch. Wenn jetzt vielleicht ein bisschen was... Sie, was ist denn? Also ich mein, Sie sind süß. Ah, Kalbi. Ah, Jankchen. Ich hab die anderen Seite. Ich find die so süß geholt. Ich kann mal nicht, ob das hält. Also es war sehr gut, aber es war einfach zu wenig. Kann ich die zusammenstellen oder das nächste nochmal? Ich hab ein bisschen verdauen. Vielleicht erst gelaufen. Also... Völpereken des Teils neid. I will die beiden vocês nicht знать. Ich euxche den Fout. Wir spüren uns. Wir wollen es. Hallo. Hallo. Since you're in Names, Was's the name of it? How do you call it? Was the name? Was's name is Cooltare. 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 Tare? Cooltare. Cool means honey. Oh, okay. This biscuit made by honey and corn powder. Ach, das ist Pulver quasi? Okay. First we make the corn. Ah, das ist schon mal. Wow, ich habe das auch schon mal gesehen. Now, one and two. Eight. Count to double. Ach, der faltet das immer wieder. Ja, again and again. Krass, und dann wird das so dünn. Ah, 64. One, twenty. Chimichou. Now, middle size, one thousand. Wow. Es sieht so aus, das wird in der Maschine. Ja, ich dachte auch, dass das mit einer Maschine gemacht wird. Oh, gut, gut, gut. 24,000. Nice. Wow. So schnell. It's very fast. Not yet, keep going. Yeah, keep going. Let's see. 8,000. And last 16,384. Oh, wow. Wow. We're looking forward to it like it. Oh, wow. Nhưng tute. Oh. Have you thought it would be too bad. Und das ist das. Kina? Ja. Ja. Fine. Das ist besser. Das Biscuit ist besser frozen. Frozen? Und mit Kaffee oder Tea. Ah, okay. Okay, vielen Dank. Okay, vielen Dank. Danke. Das ist am Anfang wie Sand. Und dann wird das immer weicher, immer klebriger auf einmal. Das ist wie wenn sich diese Fäden zu einem Honig in deinem Mund entwickeln. Das ist schon trocken. Etwas zum Trinken brauchen wir schon ein bisschen was dazu, glaube ich. Schau mal. Schau mal. Wenn man es isst, dann wird es wieder so honigartig. Schau mal. Schon trocken. Etwas zum Trinken brauchen wir schon ein bisschen was dazu, glaube ich. Lass. Tasty. Tasty, ja. Ah, komm mal, Digi, hier gibt's Kimchi. Ah, kimchi, ah, kimchi. Ah, kimchi. Ah, kimchi. Ah, kimchi. Ah, hier ist es wieder. Ja. Das sind diese, die Mini-Krebs. Das sind das wieder, glaube ich. Ich finde es so krass, dass die einfach alles so öffnen, also so offen da liegt. Und du kannst einfach sagen, das willst du und dann… Genau, ja. Und das können wir überall machen. Also es gibt immer so probieren. Also wenn du… Schau nicht gleich mal. Voll. Voll gut. Ich bin immer so mooi. Und ich bin auch schon ein Mensch. B증t die es immer wenden kann. Ich bin immer so sehr auf, weil man sehr gut von drei Zwang. Und hier hat es aber nur, wenn man so gut ist. Ja, sie machen einfach nicht. Sedan wird es auch eine Beachtung. Das war ja schon. Ja, was ich auch lustigt? Ich habe einfach nicht. Das ist Oktopus, das ist Krabbe. Also das und das wissen wir, das wissen wir auch. Aber das und das habe ich keine Ahnung. Wie fällt dir die Hälfte runter? Ich kenne mir Oktopus. Was ist das? Der schmeckt wie Käse. Es ist lecker, aber irgendwie gleich keine Krabbe. Der schmeckt wie Käse. Es ist lecker, aber irgendwie gleich keine Krabbe. Also das und das wissen wir, das wissen wir auch. Aber das und das habe ich keine Ahnung. Aber das ist, das habe ich keine Ahnung. Aber das ist das mit Knoblauch, ne? Das ist auch mit Knoblauch. Ja, ich hab jetzt... Weil wenn du das weißt hier? Knoblauch. Was ist das? Es ist Fisch oder nicht? Ja, Ozingo-Jakal. Ja. Ozingo-Jakal. Es schmeckt schon ein bisschen fischig. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, was es ist. Was muss man riechen, anschauen, essen. Ist selbst auch frisch. Aber es hat alles eine ähnliche Würzung. Wir essen einfach irgendwas und wissen nicht, was es ist. Ganz weich. Also es ist schön würzig, aber das ist ganz weich. Ja, aber was ist das hier? Krabbe, glaube ich. Hast du die Krabbe im Ganzen gegessen? Ja. Hast du die Krabbe im Ganzen gegessen? Ja. Ist ganz weich. Es ist schön würzig, aber das ist ganz weich. Ich habe keine Ahnung. Ist es Fisch oder nicht? Aber ich gehe so wohl noch. Ich möchte mir das essen. Das weißt du hier? Das ist Knoblauch. Ja, ja. Wenn wir fertig sind, ist der Becher leer. Wie immer sind die Krabbe. Geil. Okay. Aber wir kaufen jetzt leider nichts davon. Wir haben jetzt nur gegessen. Wir sind richtig dabei. Wollt ihr noch rumgehen durch die Fleischabteilung? Ja, klar. Schau mal, da kannst du es probieren. Felix, da können wir wieder probieren. Machst du. Wollen wir probieren. Wollen wir probieren. Wollen wir probieren. Kann ich sagen? Mönde, 이거? Kann ich sagen? Kann ich sagen? Das ist 정력konno. Auf jeden Fall Fleisch. Was ist das? Fleisch. Lobe jetzt. Auf jeden Fall Fleisch. Was ist das? Fleisch. Lobe jetzt. Zu spät. Ah, ja. Besser. Sie kommen beim nächsten Mal. Das ist Rind, oder? Ja, ich glaube das ist Rind, ja. Ich glaube das ist Rind, ja. Ponyoke. Das ist das Gleiche hier oben. Wie geht das? Sehr, sehr, sehr. Das ist das Gleiche hier oben. Bief. Ja. Ja, Rind. Mariniertes Rind. Mariniertes Rind. Ja. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Ich muss nicht mehr machen, ich muss nicht mehr machen. Ich habe es sehr gut gemacht. Das ist gut. Es ist sehr weich. Okay, danke. Wir müssen das nächste Essen machen. Das ist der Verkäufer. Das ist der Verkäufer. Das ist der Verkäufer. Lukas, nächste Essenstation. Das ist der Verkäufer. Wir beginnen alles. Das ist ganz schön. Die Leute haben sich alle auf der Verkäufer. Ja, das ist der Verkäufer. 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 Felix. Felix. Koffi. Koffi. Mixer-Koffi, okay. Okay, ich will das. Danke. 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 Ich muss mich anwenden, dass es in Korea-Koffi kommt. Das ist richtig. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Das ist das. Wow. Das ist das. Okay, danke. Danke Danke. Das ist das, wenn wir so schön sagen. анииernherst du mit Koffi ovat? Das ist der Traditionella Küche. Oh! Oh! Oh, das ist das. Oh! Oh! Oh, das ist das. Oh, das ist das. Oh, das ist das, was die Koffi machen. Ich bin hier noch ein paar Mal. Ich bin hier sehr gut in der Nacht, weil ich es schon in der Bezug auf der Bezug auf die Bezug auf die Bezug auf. Ich bin hier bei dir auch am Morgen. Ich bin hier bei den Bezug auf die Bezug auf die Bezug auf den Bezug auf. Ich bin hier von selber, Adi, 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 Adi. Freitag, ich will ja jetzt auch... Spinaut. Lukas am wenigsten. Felix, den machen wir das mal leicht scharf. Der Wolfgang, der verträgt am meisten Schärfe. Der Wolfgang, der hat ein bisschen mehr Reinhardt. Ich habe keine Ziele gemacht. Ich habe keine Ziele gemacht. Ich habe eine Ziele gemacht. Was ist die Ziele gemacht? Das ist meine Ziele, meine Ziele. Ich habe meine Ziele gemacht. Das ist die Ziele gemacht. Ja, das ist das. Ich habe einen Ziele gemacht. Das ist meine Eigenkreation. Deine Eigenkreation? Ihr hattet ja schon Pipimbap im Flug. Das ist auch Pipimbap. Ich habe die Soße sogar selbst gemacht. Das heißt, wenn es ein bisschen zu wild ist, könnt ihr noch ein bisschen reinhauen. Es sieht wirklich richtig lecker aus. Ihr wisst, wie man Pipimbap isst, oder? Es sieht echt lecker aus. Ihr wisst, wie man Pipimbap isst, oder? Also einfach wirklich alles durchmischen. Wir dürfen sogar noch Löffel essen. Wenn man die Reis aus der Farbe nicht mehr weiß ist, dann ist es nur noch Rot. Okay? Okay. Ja, ein Freund hat eine Hanischbap ist. Oh, mein Gott. Ihr habt ja auch Bläsch und Röschung? Ihr habt ja wahrscheinlich auch noch Löffel? Ihr habt ja wahrscheinlich auch noch Löffel? Ihr wollt ihr mal probieren? Ja, ich kann nur gar nicht. Ja, das wäre jetzt keine Futter. Ich muss auch so. Wenn irgendwie die Füge immer holen, bitte. Ich auch. Hm. Schau. Ne, bitte. Ich habe geschafft. Die drei Schäden waren relativ intensiv. Das habe ich wieder vergessen. Hm. Hm. Ne, bitte. Ich habe geschafft, komm. Ich habe ihn mit dem da, Luffelang. Das ist toll. Du hast definitiv IO-TO-Sky. Super lecker. Du bist sehr schön. Vom Kupan. Der Kupan kommt noch. Ich danke dir nicht, bis ihr Dat für heute. Du bist jetzt gerne. Das ist ja gut. Das ist ein gutes Essen, das unsere Freunde zu tun. Ich bin sehr gut. Das ist ein bisschen das Essen. Ich habe noch einen Schmuck-Groß. Das ist ein Schmuck-Groß. Genau. Ich habe noch einen Schmuck-Groß. Hier. Hier. Mepo-Shim, Mepo-Shim? Okay, wir haben es sehr viel. Voll gut. Voll geil. Noch ein bisschen was rein, ha? Das ist echt gut. Dann muss man ein Wäste festmachen. Was ist denn? Ich liebe es. Und wenn die Deutschen etwas essen, dann passiert es nur etwas. Ja, etwas zu essen. Da kann ich auch mit reinmachen. Da kannst du noch etwas reinhauen. Du kannst noch etwas reinhauen. Das kann ich auch mit reinmachen. Ja, wenn du willst, kannst du noch etwas reinhauen. Dann kannst du noch ein bisschen reinhauen. Das ist ein Frühstück. Ja, das ist jetzt so ein traditionelles koreanisches Frühstück. Ich finde, das ist wie... Wie richtige Mahlzeit, der hier ein Mittagessen kann. Kennt man ja in Deutschland nicht wirklich. Das ist eigentlich eher so, wo der Sammel mit einem Aufstieg oder Wurst oder Käse. Also das Einzige, was eigentlich bei uns beim Frühstück warm ist, ist eigentlich das Ei. Ich habe einen schönen Tag in der Frühstück nicht gegessen. Es war so lustig. Wir haben geschaut, was gibt, was ist man. Und dann ist es halt irgendwie einfach so, ja, das, was man sonst isst. Das, was man sonst isst, ja. Suppe, Reis. Beilaugen. Kann man essen? Mhm. Soße ist okay? Mhm. Was ist das? Soße. Chilipasten und Soße. Wie ist das? Kimchi? Ja. Ja. Mit rein, damit das nicht abgeschmeckt. Mit Zucker. Ein bisschen Essig. Pilz. Und ich hätte euch dann auch, ähm... Kimchi für ein Jahr vorbereitet. Und normalerweise gibt es auch in den koreanischen Haushalten einen... Mh? 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 Das ist ja echt gut. Das ist einfach so ne Weste festmachen. Wolfi, so auf dem Kimchi steht hier. Wolfi, so auf dem Kimchi steht hier. Wolfi, so auf dem Kimchi steht hier. Passt alles. Das ist wirklich. Funktioniert immer, wenn ein Gerät nicht funktioniert. Hm? Wenn was nicht funktioniert, ein technisches Gerät. Aufschrauben, reinboost, geht wieder. Oh, Punishing? Aufschrauben, reinboost, geht wieder. Hör auf, so. Hä? Was heißt das? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, f dass ist. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, oh, oh, oh! Warhol hier, hier is Nobel. Nice to read out. You're still. Ich bin the first. Weikichang-jährige Keubeer. Chgunt-Dule ist n butter, das ist n butterst du n. Oh, 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 oh. Wink-Dule ist n butterst du n. Und du n. Der Reis, der Kälte. Ein Schädel von Wasser. Oh, wasser. Oh, danke. Ich weiß es. Die Leute wissen es. Danke. Also, besser als Wasser als die Gurke. Sehr flüssig. Also, besser als Wasser als die Gurke. Hatte auch sehr viel Flüssigkeit, ne? Mh. 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 Ja. 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 Und zum Vergleich zur deutschen Gurke, merkt man einen Unterschied? Die ist bis fester. Bis fester? Ja. Oh. Gefühlt weniger Wasser. Gefühlt weniger Wasser? Gefühlt weniger Wasser? Gefühlt weniger Wasser? Ja. 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 Okay. Danke. Oh, danke. 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 Oh. Das ist das. Ja. Tampf? Oh, äh. Tampf? Ja. Das ich mich. Ah, ah, hier wirklich. Ja, wirklich. Ja, das ist schon schön. Wir haben jetzt noch einen Drollhutbap. Jetzt ist es schon... Es ist schon... Es ist schon gut. Es ist schon gut. Es ist schon gut. Ich habe auch schon gesehen, dass ich heute noch nicht essen habe. Es ist gut. Es ist gut. Wie viel ist das? Also ich hätte nicht erwartet, dass es so viel wird. Ich dachte, es kommt jetzt ein Top-Verweis für Alhe. Mehr als beim letzten Abendmahl. Ja... Das ist das, was wir machen müssen. Den Reis müssen wir jetzt hier umfüllen, in die silberne Schale. Und dann umfüllen. Weil, das ist nicht gut. Nur leicht. Sodass der Reis einfach noch am Rand bleibt. Das ist, wenn Sie so die Nutzung nicht mehr so schlagen, dann wird es schön. Das ist, das ist, das ist. Ah Florian, die Täterne. Weil, ja, ein bisschen unterhalb und so ein bisschen angesetzt ist. Und ihr seht, auch solche gelben Körner, das ist eben die Gärste. Genau, dass der halt grob noch schön... Dann gieße ich dir das mal auf. Das gießt man jetzt ungefähr bis zur Hälfte. Und dann kocht der leicht, ne? Voll. Das braucht es noch bei mir nicht. Da kommt auch so ein leicht gebranter Produkt nach oben. Wenn man das nicht wüsste, würde man nie auf die Idee kommen. Das kann man jetzt erst mal so liegen lassen. Und jetzt können wir das mal anfangen zum Essen hier. Das ist wirklich verbückt. Was sagt man noch mal, bevor man anfängt zu essen? Chal. Chal. Moqueso mita. Chal. Moqueso mita. Chal. Moqueso mita. Eins, zwei, drei. Chal. Moqueso mita. Okay, let's go. Da haut mal jeder hier so ein Fischchen mit drauf. Ich zeige euch jetzt auch mal noch eine Art. Ich weiß nicht, was wir damit anfangen sollen. Wie man gut essen kann, das ist ja dieser Seaweed. Das ist jetzt Brühgogi. Also das marinierte. Das ist so meine Art und Weise, das zu essen. Da machte quasi, wie hatte ja gestern Kimbap, ne? Und das dann eben so in diesen Kimbap hier als Rolle einzupacken. Und jetzt sagst du mir mal, wie das schmeckt. Und jetzt sagst du mir mal, wie das schmeckt. Und? Das schmeckt richtig geil nach Grillfleisch. Nach Grillfleisch, ne? Weil das eben jetzt so... Ja. Saftet auch. Mhm. Ja, total. Ist nicht scharf, ne? Ah. Das ist so schön. Ja. Das ist so schön. Hier muss man noch essen. Sie sind so sehr fleischlastig. Sieht irgendwas Gewünes aus. Auf jeden Fall sind sie... Herr Diesel mit Hockfleisch, glaube ich. Ja, riecht nach Fleisch. Nein? Ja. Sieht irgendwas grünes aus. Auf jeden Fall sind sie schon lecker. So, und diese? Grünes aus. Auf jeden Fall sind sie schon lecker. Saftig auch. Ja, die Jürgen, wie machen Sie das? Der Wolf ist schon ganz fixiert auf die Rolle. Seftig auch. Ja, ein bisschen scharf, ne? Ja, gar nicht. Ich kann nicht mehr erwarten. 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 Fixiert auf die Rolle. Ja! Jaaa! Ich habe äckig zu sehr viel Zeit, die ich immer nicht verletzte. Ich habe keine Ahnung hier, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, habe keine Ahnung. Ich habe die Koffer von einem Koffer aus dem Koffer aus der Koffer aus der Koffer aus der Koffer des Koffer aus der Koffer aus der Kofferung. Ich bin ein Freund, die ich habe keine Ahnung, dass ich nicht so richtig, was ich habe. Ja, es geht nicht. Ich habe es schon mal 3ml gemacht. Ich habe es schon mal 4-jährig. Ich habe es schon mal 4-jährig. Ich schmecke noch ein Fleisch. Ist es okay, buddy? Ja, ja. Du hast keine Fleisch, oder? Ich probiere es gerne mal. Ich werde es mir jetzt mal probieren. Ich werde es mir jetzt mal probieren. Ich werde es mir jetzt mal probieren. Das hat schon was. Und das Schöne an der koreanischen Küche ist, du kannst essen, wie du möchtest. Du kannst da jetzt quasi das Fleisch mit reinhauen, oder was von diesen zuersprochenen... Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Was finde ich? Geil. Geil. Das hat schon eine Gans. Oh, Kornamöl. Ja, wir hatten ja gerade beim Bergsteigen. Kann passieren. Entschuldigung, Jungs. Aber der Felix wollte ja mal traditionelle koreanische... Habt ihr den noch nicht probieren, oder? Das ist eine Gurke. Ja, das ist eine Gurke. Bei uns jetzt in den Supermarkt geht, findet man ab und zu koreanische Produkte, oder? Gut für einen Klapper. Riegt die Verdauung an. Ja. Das ist super gut. Ja, das hat halt... Weil ja Deutschland... Oh, das ist wirklich sehr schön. Oh, das ist wirklich sehr schön. Du kommst nicht an die Soße, oder? Warum? Warum? Was brauchst du? Die Soße? Ja. Warum willst du die haben? Vielleicht dir was draufkletschen? Ein bisschen, ja. Danke. Kurszüter? Teil... Mani zu sehr. Zu sehen wie jemand... Tofu und... Mh? Das ist nicht scharf? Mh-mh. Nein. Es ist würzig. Es ist wirklich lecker. Wow. Ich glaube, der Wolfi, der würde richtig aufblühen in Korea. Ich kriege auf. Der ist richtig geniessen. Der ist richtig geniessen. Mh-mh. Also haut rein. Okay. Wie isst man diesen Fischflot? Das musst du uns auf jeden Fall erklären. Teller. Tellers. Wie man den isst? Oh! Tellers. Wie man den isst? Mit dem Mund. Nee, der hat auf jeden Fall Gräten, soweit ich das weiß. Ich teile ihn immer gerne auf, so in der Mitte. Dann die Gewerte und den Kopf fällt wahrscheinlich mit der Flosse. Und dann kannst du hier so eigentlich am besten die Gräten entfernen. Blöde ist, der Fisch hat halt auch noch an der Seite Gräten. Könnte man, aber das Problem ist, es ist sehr heilig. Ich kann sie hier auch schön in der Sojasauce hier rein haben. Oh! Also so ein bisschen auf die Seite legen. Kannst du hier auch schön in der Sojasauce hier rein brauchen. Man müsste eigentlich schon in der Mitte eben die Stäbchen zu Gesicht bekommen. Die könnt ihr dann einfach abheben mit den Stäbchen im Kopf. Ah! Darf man nicht? Nee, darf man. Darf man nicht? Nee, darf man. Wir tun mal den Fisch, den könnt ihr auch einfach so essen. Oder eben in der Sojasauce einen tumpfen. Ich tumpfe das gerne in der Sojasauce einfach vor dem Hintergrund. Okay. Das hat ihn nicht. Der Wolf, der steht da auf seinen Kimchi. Also eine Art Bakpick. Der ist sehr gut. Sehr geil, ne? Eine Gurke zu essen, ne? Ich gibt ja den normalen Kimchi. Ich gibt aber auch einen Kimchi, der aus Gurke gemacht ist. Noch mal. Das ist doch dein eigener Teller. Hast du deinen eigenen Sitzplatz? Oh, 열무김치. Nasa 가서 맛있잖아요. Ja, das ist unglaublich lecker. Unglaublich lecker. Also mich holt der Grau Salat. Sie müssen mich auch nicht sagen. Um, 열무김치 sind schon doll mehr, also. Also 여름의 시kern 맛도 있고. Kann man nochmal nachbestellen? Kostet nicht? Kostet nicht. Kann man sich das vorstellen? Ist das schon so? Ja. Ja. Ja, Florianin ist auch die Sarmokne 문화를 가르쳐. Ja, ja. Ja, ja. Die Sarmokne 문화? Ja. Die Sarmokne 문화? Ja. Ja. Wow. Die Meeress Geschmack. Wow! Die gleicheobject. Du gehst auf den Grau Salat. Und so? Ja. Wolle... Wolle... Wolle! 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 Wirklich! Die Sarmokne kommt auf den Grau Salat! Ja! Wolle! Wersekt präckst du himmel ist. Das ist richtig. Da kostete dann sogar der Kimchi alleine noch was. Das ist so, ja. Ja, da war ich auch so. Da kostete dann sogar der Kimchi alleine noch was. Und dann manchmal gibt es hier die älteren Damen, die auch servieren. Das ist wirklich verrückt. Also so sagen... Wenn man sich das vorstellt, ist das verrückt. Willst du es mal probieren? Sa-sang-nim. Sa-sang-nim? Das ist wirklich verrückt. Sa-sang-nim. Sa-sang-nim? Willkommen. Sa-sang-nim. Sa-sang-nim? 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 Ton-u-sang-nim? So-sang-nim-sum. Super. Wenn du dich so sagen, wasst du? Ja. Es ist nicht so schön. Es ist richtig. Es ist richtig. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Danke. Das ist mein Handy. Was das zu laut? Ja, das ist richtig. Danke. Danke. Oh, genau. Oh, genau. Wenn du eine Sauce dazu haben willst, kannst du 30 Cent nochmal. Bei dir hat er das bestimmt gehört. Ja. Ja. Das Highlight von diesem Ganzen ist eigentlich das hier. Das nennt sich nurungji. Ah, das nennt sich nurungji. Ja, das nennt sich nurungji. Ja, das nennt sich nur so eine Reis-Suppe quasi. Was? Gar nicht wie Marangieren oder so? Ja. Wenn man so isst, dann ist das so. Ja. Ja, das nennt sich nurungji. Ja. Ja. Reis. Punkt. Reis. Punkt. Mit ganz anderer Note. Kornflakes. Ja, das ist ein bisschen krispig aus. Das hat echt so einen krispig aus. Oh, das ist echt so ein Kronflakes sieht, was. Oh, das ist super cool, ja? Oh, das ist echt so ein Kronflakes. Oh, das ist echt so ein Kronflakes? Ja, das ist irgendwie klüppig aus. Also, aber das ist dann da sein 20. Also, da ist nichts anderes dran im Wasser, oder? Und in bei Reis auch keine Quiröl. Das ist sehr schön, das koreanische. Wenn jetzt der Herr kommt, der der Sassang-Nim. Der Sassang-Nim? Dann sagst du, wie gestern? Gumbna? Gumbna? Was ist so so yo? Schwierig. 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 Das erste Gibt. Gumbna, wassar? Wassabi nein. Nee, nee. Q. Gumbna? 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 Mas� so yo, 아니o. Mas, sa. Masi. Masi so yo. Gumbna ще so yo. How's egal pretenderon- those? Sassang-Nim! 한국사람 아니에요? Ho quién va, 필요eting? Es ist nicht so gut. Danke! Das war es so toll! Es war es so toll! Es hat sich auf ihr? Ja, es war es! Es war es so toll! Es war es so toll! Ich habe es so toll! Ich habe es so toll! Wir sind so toll! Untertitelung des ZDF, 2020